Was wollen wir noch holen? Lass uns hier... Lass sowas hier noch ein... Ja, nein, es ist egal, das ist Co-Verpackung. Verpackung ist egal, es ist egal, Verpackung. Verpackung ist egal. Lass mal Trommeln mitnehmen rein, klar. So geil. Nee, das ist eine kurische Verpackung, die müssen wir dann irgendwie kurisch entsorgen. Mit Plastik kannst du einfach wegschmeißen. Ja, ja. Ja, dann haben wir eigentlich alles, oder? Okay. Ja, lass die Tüte noch machen. Wir haben eingekauft. Hallo, Kinder. Hallo, Kinder. Wir haben eingekauft. Hallo, Kinder. Wir haben ein bisschen was eingekauft. Wir haben ein bisschen was eingekauft. Das ist doch egal. Das sieht aber nicht so nachhaltig aus. Ist doch egal. Das ist echt viel Plastik. Hätten wir nicht bisschen drauf achten können? Ist doch egal. Das ist doch ein Plastik. Nicht so viel. Nee. Pack es in den Müll. Warum denn? Witzel, Kinder. Mutter, was hab ich mit für Kinder? Das ist doch irgendwo Plastik. Ja, Plastik. Hast du dir mal die Erde in 10 Jahren angeguckt? Die Kinder sind zu Hause. Hallo, wir haben doch schon die Klappe gemacht, es geht doch schon längst los. Was war daran jetzt so lustig? I hate your kids. Bauer, alter! Leitungsweise aus der Schmühle schmeckt scheiße. Ja, was? Ich google mal eben was. Okay, neuer enthält ich bitte. Ich hab schon, ich hab schon.